Hallo und herzlich willkommen bei den NIMSRAAT User Awards 2024. Wir haben die Community befragt, was die beliebtesten Bikes und Produkte des Jahres waren. Über 1500 User und Userinnen haben teilgenommen und unsere Fragen in insgesamt 19 Kategorien beantwortet. Und jetzt geht es los mit der Präsentation der Gewinner. Los geht's mit dem beliebtesten Falt- und Kompaktrad. Auf Platz 3, das Easy S8. Auf Platz Nummer 2, die Brompton T-Line. Und Sieger in der Kategorie Falt-Kompaktrad ist das Riesemüller Birdie. Das Riese und Müller Birdie, klein aber oho. Ein Kompaktrad, das sich zusammenfaltet wie ein Schweizer Taschenmesser und sich entfaltet wie ein Pfau. Für maximale Mobilität mit minimalem Platzbedarf. Weiter geht's in einer besonders spannenden Kategorie. Das beliebteste Lastenrad. Auf Platz 3, das Riese und Müller Load. Platz 2 sichert sich der Vorjahressieger Mooli. Und auf Platz 1, das Babou City. Das Babou City, mehr als nur ein Transportmittel, eine Lebensphilosophie auf zwei Rädern. Für alle Eltern, die dachten, ihre Einkäufe und Kinder könnten nicht gleichzeitig stilvoll durch die Stadt chauffiert werden. Weiter geht's mit dem beliebtesten S-Pedelec. Auf Platz 3, das Diamant Zuma Supreme S. Auf Platz 2, das Stromer ST3. Und auf dem ersten Platz, das Santa Cruz Skitch. Das Santa Cruz Skitch. So flink, dass es fast schon als unverschämte Flucht vor dem Berufsverkehr gilt. Ein S-Pedelec, das Staus nicht nur herausfordert, sondern sie auch lachend hinter sich lässt. Weiter geht's mit einer besonders wichtigen Kategorie, dem beliebtesten E-Bike. Auf Platz 3, das Canyon Pathlight On. Auf Platz 2, das Diamant 138. Und auf Platz 1, das Canyon Commuter On. Das Canyon Commuter On. So schnittig, dass es fast schon eine Frechheit ist, es nur für den Weg zur Arbeit zu nutzen. Ein E-Bike, das Pendeln nicht nur erträglich, sondern beinahe zum Highlight des Tages macht. Die beliebteste Kinderradmarke. Auf Platz 3, Cube. Auf Platz 2, Cookie. Und auf Platz 1, VOOM. VOOM. Die Marke, die Kinderträume auf zwei Rädern wahr werden lässt. Bikes, die so bunt und lebendig sind wie die Fantasie der Kids, die sie fahren. Ein großes Abenteuer für kleine Radler. Weiter geht's mit der Kategorie Innovativste Marke. Auf Platz 3, Diamant. Auf Platz 2, Specialized. Und auf Platz 1, Canyon. In Koblenz muss etwas Besonderes im Wasser sein. Anders können wir uns nicht erklären, wie Canyon nicht nur am Puls der Zeit, sondern diesen mit seinen Innovationen oft ein ganzes Stück voraus ist. Kommen wir nun zum innovativsten Produkt. Auf Platz 3, der Bosch SX Motor. Auf Platz 2, der Schwalbe Green Marathon. Und auf Platz 1, die Pinion MGU. Das Pinion MGU ist das Ergebnis, wenn man Fahrradkomponenten und ein bisschen Zauberstaub in einen Mixer wirft. Das innovativste Produkt des Jahres? Absolut. Und wahrscheinlich auch das Coolste. Last but not least, die empfehlenswerteste Marke. Platz 3, Cube. Platz 2, Diamant. Und Platz 1, Canyon. Wenn Canyon ein Tinder-Profil hätte, würde es wahrscheinlich vor Superlikes explodieren. Ausgezeichnet als die empfehlenswerteste Marke sind ihre Bikes so begehrenswert, dass selbst das Fahrradschloss links swipen würde. Canyon, das ist nicht nur eine Marke, das ist eine Beziehung. Und das war's schon von den größten Kategorien des NIMSRAD User Awards 2024. Alle Kategorien und alle Gewinner sowie die prozentuale Stimmverteilung findest du im Artikel auf der Website. Tschüss und bis bald.